In meinem geistlichen Leben finde ich mich oft in der Betrachtung des achten Gebots wieder, du sollst nicht stehlen. Dieses Gebot ist für mich nicht nur eine Anweisung gegen den realen Diebstahl, sondern auch eine Aufforderung in meinen Gedanken und Absichten, ehrlich zu sein. Wenn ich über dieses Gebot nachdenke, wird mir bewusst, dass Ehrlichkeit und Integrität in jedem Aspekt meines Lebens von größter Bedeutung sind. Es geht nicht nur darum, etwas Materielles nicht zu nehmen, was nicht mir gehört. Es geht auch um die Fairness in meinen Beziehungen, um die Wahrhaftigkeit meiner Worte und um die Reinheit meiner Gedanken. Selbst der Wunsch, unrechtmäßig zu erlangen, was anderen gehört, sei es materiell oder immateriell, kann als eine Form des geistigen Diebstahls angesehen werden. Das Gebot erinnert mich daran, die Arbeit und die Anstrengungen anderer zu respektieren und den Wert dessen zu schätzen, was durch Ehrlichkeit und harte Arbeit erreicht wurde. Es lehrt mich auch, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe, und Gott für seine Versorgung zu danken. In einer Welt, in der Habgier und Materialismus oft im Vordergrund stehen, strebe ich danach, ein Leben der Genügsamkeit und Dankbarkeit zu führen. Ich möchte ein Beispiel der Redlichkeit sein, sowohl in meinen Handlungen als auch in meinen Gedanken. Herr, mein Gott, ich danke dir für das Gebot, nicht zu stehlen. Bitte hilf mir, dieses Gebot in meinem Herzen und in meinem Leben zu ehren. Amen. 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 Amen.